Und ab jetzt, vor die drei Grekhoff mit einem Blick an die Kasse. Grekhoff an der Spitze, er hätte dann insgesamt 14 Punkte und wäre der Tagessieger bei dieser heutigen Qualifikation. Ja, Grekhoff also in Führung. Fünferhelfer hat er uns. Und der hat ja bereits in Führung. Als Sieger absolviert die Qualifikation hier in Habsberg. Und da geht es auch schon in die letzte Runde. Und der Max Frick in der Abwehr hat die zweite Position. Und Grekhoff mit diesem Sieg wäre dann auch Tagessieger hier, aber noch ein Harkler hier in der letzten Kurve. Aber es reicht ihm. Und Grekhoff holt sich die drei Zähler. Und dann haben wir das Ergebnis aus diesem Laufen. Nummer 19, Platz 1, die Startnummer 3, Grekhoff aus Großbritannien. Weitere drei Punkte. Damit ist er bei 14 Zähler angekommen. Und er ist damit der heutige Tagessieger dieser Qualifikation. Platz 1 für Grekhoff. Die 13. Auflass 2. Max Frick holt sich zwei Punkte. Die 14. Die 13.